Herzlich willkommen hier im schönen Westerzgebirge in Schönheide im Hotel Forstmeister. Mein Name ist Cornelia Göbel und ich bin hier die Chefin. Wir heißen Gäste aus nah und fern herzlich willkommen und wir suchen auch Mitarbeiter. Was wir bieten ist ein familiärgeführtes Hotel in herrlicher Natur und Umgebung und eine traditionelle Küche. Wenn Sie Koch oder Küchin sind und gerne an der Rezeption arbeiten, dann bewerben Sie sich bitte bei uns. Sie werden bei uns eingearbeitet und wir unterstützen Sie auch bei der Wohnungssuche. Weitere Informationen und Kontaktangaben finden Sie auf unserer Internetseite www.forstmeister.de. Ich freue mich auf Ihre Bewerbung.